Willkommen zum Thema 5.3. Das ist das letzte Thema in diesem Themenbereich und damit auch in der gesamten Vorlesung. Wir versuchen im Thema 5.3 jetzt die Brücke zurückzuschlagen zu unserem Themenbereich 1, ganz zu Beginn, wo wir uns mit Organisationen und Organisationsgestaltung beschäftigt haben und schauen jetzt, wie wir diese Anstrengungen, die wir unternommen haben durch die Geschäftsprozessmodellierung, durch das Geschäftsprozessmanagement, das dann auch wieder in der Organisation zu verankern, wie wir die messbar machen können, wie wir die bewertbar machen können, wie wir also diesen Geschäftsprozessmanagementzyklus von Analyse, Modellierung, Implementierung, Monitoring wieder schließen können. Vor allem dieses Monitoring während der Implementierung und das Schließen zurück in die Analyse, das wird jetzt Gegenstand dieses vorliegenden Themas sein. Wir gehen dabei wieder von der technischen Ebene, der wir uns im vorhergehenden Thema beim Workflowmanagement angenähert haben, ein Stück weit weg, beschäftigen uns ja mit der betriebswirtschaftlichen Sichtweise auf Geschäftsprozesse, werden aber sehen, dass wir vieles von diesen Prozesskennzahlen, die wir für die Leistungsindikatoren brauchen, direkt von Workflow-Engines zum Beispiel generieren lassen oder erheben lassen können, wenn es um etwas geht wie Durchlaufzeiten zum Beispiel. Das ist Information, die in einer Workflow-Engine automatisch da ist, weil Prozessinstanz wird gestartet, Prozessinstanz wird beendet, der Zeitraum dazwischen ist die Durchlaufzeit eines Prozesses und das ist eine ziemlich wesentliche Metrik, die gerne verwendet wird, um dann dynamisch Veränderungen im Prozessablauf messen oder sichtbar zu machen, messen zu können oder sichtbar zu machen. Gehen wir aber nochmal einen Schritt zurück, was gehört alles zu diesen Leistungsindikatoren, wie bettet sich das in diesem gesamten Geschäftsprozessmanagement-Zyklus ein? Das Thema, das das ganze Messen, Bewerten überspannt, ist das sogenannte Prozesscontrolling. Controlling ist ja ein Kontrollieren anhand von gesetzten Zielen, das kennen wir grundsätzlich aus der Betriebswirtschaftslehre und ich kann ein Prozesscontrolling, oder ich kann auch in einer prozessorientierten Organisation ein Controlling aufsetzen, indem ich auf meine Prozessziele schaue und das würde man dann als Prozesscontrolling bewerten. Das Prozesscontrolling besteht aus drei grundlegenden Schritten, das ist die sogenannte Prozessbewertung, die Prozessüberwachung und die Prozessoptimierung. Quer dazu liegt nur die Prozessinformation, die dann die Information über die Prozesse transparent machen soll. Wenn wir beginnen mit der Prozessbewertung, da sind wir nicht zur Laufzeit, wenn wir in dieser Workflow-Management-Terminologie ganz kurz bleiben, nicht zur Runtime, sondern zur Build-Time. Wir sind zu Beginn des Prozessmanagement-Lebenszyklus, den Zyklus, den wir jetzt besprochen haben, der ist hier mit PMLC abgekürzt. Ganz zu Beginn, wo wir die Prozessstrategie festlegen, also wo wir überhaupt mit unserer Prozessorganisation hinwollen, was unsere Ziele sind, führen wir die Prozessbewertung durch. Das heißt, wir verschaffen uns einen Gesamtüberblick über unsere Organisation, über die Prozesse, die dort ablaufen. Das wird mit sogenannten Prozess-Landkarten gemacht. Das ist einfach eine abstraktere Darstellung der Prozesse, wo man die Zusammenhänge zwischen den Prozessen sieht. Und dann kann man sich auf dieser Ebene schauen, ist diese Konstellation, die sich in unserer Organisation ergibt, sinnvoll, oder müssen wir da umgestalten, müssen wir Umgestaltungsziele setzen. Generell kann man eben dann Ziele ableiten, und aus diesen Zielen werden wir dann nachher gleich sehen, wie das funktioniert, werden Kennzahlen abgeleitet. Und dann geht es in die eigentliche Ausführung und ins eigentliche Prozesscontrolling. Das ist die Prozessüberwachung. Das heißt, wenn jetzt gearbeitet wird, basierend auf unseren Prozessmodellen, auf unseren Prozessbeschreibungen, die wir irgendwo hinterlegt haben, dann können wir jetzt überwachen, ob dieser Prozess so funktioniert, wie er funktionieren soll, ob er uns bei der Zielerreichung unterstützt oder nicht. Das heißt, wir versuchen, die Arbeitsabläufe zu monitoren, zu überwachen. Wenn das schon automatisierungsgestützt mit einer Workflow-Engine zum Beispiel passiert, kann man vieles an Daten, habe ich schon erwähnt, da direkt rausziehen. Wenn es so eine Automatisierungsunterstützung nicht gibt, dann braucht man ein manuelles Prozessreporting. Das wird dann sehr schnell sehr aufwendig. Wenn ich aber diese Prozesskennzahlen erheben möchte, dann bleibt es nicht aus. Dann muss ich mir diese Information irgendwo herholen. Damit kann ich messen, ob ein Prozess der Zielerreichung beiträgt oder nicht. Also ob seine Kennzahlen entsprechend der Ziele, die wir uns gesetzt haben, passend sind. Und wenn die aus dem Ruder laufen, von Haus aus vielleicht zu schlecht sind, dann sehen wir, okay, in diesem Prozess haben wir noch Optimierungsverbesserungspotenzial. Da müssen wir vielleicht was tun, brauchen wir mehr Ressourcen, brauchen wir einen grundlegenden anderen Prozess, was auch immer. Das ist dann wieder die Frage des Redesigns. Während der Überwachung würden nun solche Probleme, aber anhand dieser Kennzahlen zumindest, sichtbar werden. Bei der Prozessoptimierung geht es dann genau darum, identifizierte Schwachstellen, identifizierte Potenziale zu verbessern. Auf der einen Seite, oder im ersten Schritt, nehmen wir die Ist-Prozesse her und hinterlegen sie mit diesen Kennzahlen, mit den Ergebnissen der Kennzahlen, die wir gemessen haben, können damit die Prozessperformance bewerten. Und daraus abgeleitet, können wir dann den Zollprozess definieren. Das heißt, wir führen dann unsere Ziele nach und überlegen uns dann, wie denn die unterschiedlichen Prozesse angepasst werden müssen, um diese Ziele zu erreichen. Das kann sich auf einen einzelnen Prozess beziehen, das kann sich auf die gesamte Prozesslandschaft oder einen Teilbereich davon beziehen. Genau, wenn wir nochmal zusammengefasst, da drauf schauen, in der Prozessbewertung, das heißt, auf diesem Einsteigenden, in diesem Einstiegsschritt, der auf strategischer Ebene läuft, geht es darum, die Umsetzung der Unternehmensstrategie zu gewährleisten, die ist ja irgendwo festgeschrieben hoffentlich, den langfristigen Unternehmenserfolg sicherzustellen, das heißt, grundsätzlich einmal zu ermöglichen, dass wir die Unternehmensziele erreichen können, auch wenn es vielleicht in der Umsetzung dann noch Schwierigkeiten gibt, die wir identifizieren möchten, dann mit der Überwachung, müssen wir einmal grundsätzlich die Rahmenbedingungen schaffen, dass es möglich ist und so etwas wie ein Gefühl, da passt was nicht oder da stimmt was nicht in meinem Organisationssetup, das konkret mit Daten zu hinterlegen, indem man die Prozesslandkarten, die einzelnen Prozesse analysiert. Wenn das geschehen ist, dann muss man operationalisieren, das heißt, in die Praxis runterbrechen, die Prozessdokumentation, die wir haben, soweit detaillieren, dass sie konkret ausführbar wird, nicht abstrakt bleibt, sondern konkret auf einzelne Arbeitsaufgaben ausführbar, also runterbrechen, damit man es durchführen kann, dann wird der Zielerreichungsgrad auch messbar, weil wenn ich diese einzelnen Aufgaben habe, kann ich die wiederum mit Parametern, mit Kennzahlen hinterlegen, die mir Aussage darüber treffen, wie denn die Zielerreichung, oder wie es mit der Zielerreichung ausschaut. Damit kann ich potenziale Chancenrisken, also SWOT-Analysen im Wesentlichen, durchführen und die Steuerungsinformation transparent machen, das heißt, ich schaffe durch die Prozessüberwachung auch für die taktische Ebene, das heißt, für die Management-Ebene, die dafür zuständig ist, die operative Arbeitsausführung zu koordinieren, eine Entscheidungsgrundlage darüber, welche Schritte denn unmittelbar zu setzen sind, ob man irgendwelche Ressourcen von A nach B verlagern muss, ob man irgendwelche Prozessschritt-Nachführungen machen muss, ob man irgendwas parallelisieren kann vielleicht, ob es irgendwo Bottlenecks gibt, das wird durch die Prozessüberwachung sichtbar und man kann unmittelbar gegensteuern. Man weiß genau, hoffentlich, wenn das ordentlich aufgesetzt ist, an welcher Stelle im Prozess es hakt und wo man intervenieren kann, um das Problem zu beheben. Fördert damit auch die Kommunikation über den Prozess hinweg und zwischen den involvierten Akteuren und verankert so etwas wie dieses Prozessdenken, das Denken in zielgerichteten Abläufen in der Unternehmenskultur. Für die Prozessoptimierung müssen wir aus der Überwachung heraus die Entscheidungsgrundlagen etablieren, das heißt, wir müssen wahrscheinlich die Kennzahlen zurecht aggregieren, damit sichtbar wieder, wo ist Handlungsbedarf, können dann auf Basis der identifizierten Schwachstellen und Potenziale durch entsprechende Gestaltung der Sollprozesse die Effizienz und Effektivität der Organisation steigern und schaffen eine Grundlage für ein Benchmarking, Benchmarking also ein Vergleich mit Marktbegleitern zum Beispiel, intern wäre extern, extern wäre mit Marktbegleitern, intern wäre mit anderen Abteilungen, sodass man auch sehen kann, okay, ein Prozessteam performt besonders gut, irgendwo gibt es Schwierigkeiten, woran liegt es, da kann man dann genauer reinschauen. Auch das kann ich nur machen, wenn ich die Vergleichsgrundlage habe. Und die Prozessinformation, die da drunter liegt, macht transparent innerhalb der gesamten Organisation, wie die Prozesslandschaft ausschaut, wie denn die Prozesse zusammenhängen, wer von wem abhängt, wer von wem was erwartet und schafft damit ein Bewusstsein dafür, wie man die organisationalen Ziele überhaupt erreichen kann. Damit wird die Zielsetzung und das Vorgehen zur Zielerreichung in der Organisation überhaupt erst publik. Das ist das, was ich mit einem Prozesscontrolling schaffen will, grundsätzlich einmal. Prozesscontrolling läuft dann, und das haben wir jetzt schon gesehen, auf zwei Ebenen. Das ist einmal die operative Ebene, das heißt, wo konkret gearbeitet wird, und einmal die strategische Ebene, wo die Organisation gestaltet wird. Auf operativer Ebene, oder anders, die operative Ebene hängt von der strategischen Ebene insofern ab, als dass wir, um operatives Prozesscontrolling etablieren zu können, zuerst die Definition der strategischen prozessbezogenen Ziele brauchen. Das heißt, wir haben Unternehmensziele, und diese Unternehmensziele, sehen wir noch ein kleines Beispiel, müssen wir runterbrechen auf einzelne Prozessziele. Wir kennen die Prozesse, die im Unternehmen ablaufen, und die müssen wir mit Zielen hinterlegen, die dann zu erreichen werden, in diesem Prozess. Aus diesen strategischen Zielen kann man für das operative Prozesscontrolling operative Prozessziele ableiten, die konkret für eine einzelne Prozessinstanz, das haben wir jetzt wieder bei diesen Instanzen und Prozessklassen allgemein, festgelegt oder festgemacht werden können. Das heißt, für jede einzelne Durchführung haben wir bestimmte Ziele, die wir erreichen werden. Auf strategischer Ebene schauen wir uns für jeden Prozess an, was sind denn die kritischen Erfolgsfaktoren darin oder darin. Basierend auf dieser Information und basierend auf den operativen Zielen, können wir jetzt die operativen Kennzahlen festlegen. Das heißt, wir schauen, was sind denn die operativen Ziele und wo, wieder aus den strategischen Überlegungen heraus, wo ist es denn wahrscheinlich, dass es hakt, das heißt, wo möchte man denn unbedingt eine Kennzahl hinterlegen, wo möchten wir denn messen, ob die Performance passt oder ob es zu Schwierigkeiten kommt. Wenn wir das haben, können wir diese Kennzahlen festlegen und die dann im laufenden Betrieb erheben, sei es automationsgeschützt, sei es manuell. Das ist also diese laufende Performance-Evaluierung. Und aus diesen laufenden Performance-Evaluierungen können wir wiederum strategische Leistungslücken identifizieren. Das heißt, aus der Performance-Evaluierung sehen wir auf der einen Seite schon, wenn es stellspezifisch zum Beispiel zu Schwierigkeiten kommt, jemand ist überlastet, jemand kann nicht mit voller Kraft arbeiten, wer vielleicht erkrankt ist, was auch immer. Das ist kein strategisches Problem. Das ist ein operatives Problem, das man durch taktische Maßnahmen lösen kann, indem man zusätzliche Ressourcen zur Verfügung stellt, indem man Aufgaben umschichtet. Manchmal kommt es aber zu systematischen Schwierigkeiten und das sind sogenannte strategische Leistungslücken. Das heißt, wenn es unabhängig davon, wer es macht und unter welchen Rahmenbedingungen bestimmter Prozess durchgeführt wird, immer wieder zu Schwierigkeiten an der gleichen Stelle kommt, haben wir vielleicht ein grundlegendes Problem und müssen das ganz grundlegend angehenden Prozess vielleicht fundamental umgestalten. Insgesamt erlaubt uns dieses Prozesscontrolling auf operativer Ebene regelmäßiges Review der Kennzahlen. Das heißt, wir können eben schauen, in regelmäßigen Abständen werden wir besser, verschlechtern wir uns in bestimmten Bereichen und woran könnte das liegen. Genau das gleiche gilt dann auch auf strategischer Ebene. das gesamte Controlling kann sich an den Prozessen im Unternehmen aufhängen. Wo klassisches Controlling an nicht-prozessorientierten Kennzahlen, also an externen oder internen produktorientierten Kennzahlen festgemacht wird oft, sind Prozesskennzahlen dann nur mehr eine andere Steuerungsebene, die viel stärker auf die Arbeitsprozesse im Unternehmen eben abstellt und sichtbar macht, wenn es hier zu Schwierigkeiten kommt. Also viel detaillierter üblicherweise Einblicke ermöglicht, wo denn Schwierigkeiten auftreten. Nicht nur die Symptome sichtbar macht, sondern potenziell auch die Gründe identifizierbar macht. Und wenn ich das habe, dann kann ich meine Kennzahlen, meine strategischen Ziele immer wieder periodisch mit der Unternehmensstrategie beziehungsweise, wenn man sich die verändert, mit der neuen Unternehmensstrategie abstimmen. Wenn es die Entscheidungsgrundlage nicht gibt, dann kann ich nur so eine schöne Strategie haben, ich werde nie wissen, ob ich meine Ziele erreicht habe, deswegen ist so etwas wie ein Prozesscontrolling nicht nur aus betriebswirtschaftlicher Sicht, sondern auch aus rein organisationaler Sicht, das ist aus Sicht der Identifikation mit dem Unternehmen durchaus sinnvoll. Dass es da unterschiedliche Dimensionen gibt, unterschiedliche Aspekte, die man messen kann, dass das nicht eine rein finanzielle Geschichte ist, das werden wir uns später dann gleich nochmal anschauen anhand der sogenannten Balanced Scorecard. Jetzt soll es zuerst einmal um die Kennzahlen gehen. Kennzahlen sind jetzt die Maßzahlen, die wir brauchen, um die Zielerreichung beurteilen zu können. Steckt schon im Namen drinnen, Kennzahlen ist etwas quantifizierbares, irgendein Merkmal, das wir messen können, das wir konkret festmachen können und an dem wir beurteilen können, nicht nur ob wir ein Ziel erreicht haben, sondern auch in welchem Ausmaß wir das Ziel erreicht haben. Grundsätzlich haben wir schon vorhin gesagt, definieren wir Ziele zuerst auf strategischer Ebene und brechen die dann runter auf Prozessziele, die dann operationalisierbar werden, also ganz konkret festgemacht werden können und aus diesen operationalisierbaren Zielen können wir dann Kennzahlen ableiten, wenn wir uns anschauen, was wir überhaupt in unseren Prozessen messen können. Die Zusammenhänge schauen wir uns aber ohnehin dann gleich noch einmal an. Vorher ganz kurz zu einer Definition von Kennzahlen. Definitionen bitte wie gehabt nicht auswendig lernen, die helfen uns hier aber nur mehr genauer zu verstehen, von was wir überhaupt sprechen. Kennzahlen sind Messgrößen, also ich will was messen, ich brauche was quantifizierbares, was ich in einer Zahl festmachen kann. die den Leistungsstand eines Unternehmens beschreiben. Leistungsstand, diesen Leistungsbegriff den haben wir in Abschnitt 1.4 schon mal gehabt, im Thema 1.4 schon mal gehabt, wie es ums Aris Haus gegangen ist und dort die Leistungssicht als Fundament eingebracht wurde. Das ist derselbe Leistungsbegriff hier, es geht also darum, was das Unternehmen in unterschiedlichen Aspekten, in Umfang, Inhalt und im zeitlichen Ausmaß zu leisten vermag. Jetzt kann man das im klassischen Controlling an unterschiedlichen Aspekten des Unternehmens festmachen. Das können Umsatzkennzahlen sein, was auch immer, ganz klassische Zahlen. Wenn man es in einer prozessorientierten Organisation festmachen möchte, dann kann man das noch ein bisschen einschränken und Prozesskennzahlen definieren. Prozesskennzahlen spielen auf der Ebene der Prozesse, wie der Name schon sagt und beschreiben messbar den Leistungsstand der Prozessziele. Was ist das jetzt? Das ist hier nochmal beschrieben. Heißt, Prozesskennzahlen länger so fest, dass sie Informationen uns geben, wie der Prozess aktuell realisiert ist und ob er effizient, effektiv ist und wie man steuern können. Dieser Effizienzbegriff, da geht es um den Ressourceneinsatz, also setzen wir die verwendeten Ressourcen effizient ein. Effektivität geht auf die Prozessziele, also erreichen wir mit diesem Ressourceneinsatz tatsächlich unsere Ziele und diese Steuerungsdimension fügt dann nur hinzu, dass wir ja, sorry, dass wir auf taktischer Ebene, das heißt auf Ebene des Managements der operativen Arbeitsprozesse vielleicht steuernd eingreifen wollen, Ressourcen verschieben wollen, Ressourcen anders zuweisen wollen, Aufgaben verschieben wollen und auch dafür braucht es Kennzahlen, die uns dabei helfen zu verstehen, wo wir denn konkret im Unternehmen stehen. Dementsprechend sollen die Werte, die wir da visualisieren, die wir da erheben, Aufschluss darüber geben, in welcher Form der Prozess, den wir gerade betrachten, zu dem die Kennzahlen gehören, der Zielerreichung des Unternehmens zuträglich ist, in welchem Ausmaß und in welchem Umfang der da beiträgt. Wichtig ist, dass das nicht rein finanzielle Kennzahlen sein müssen. Da gibt es die sogenannten harten Kennzahlen, das sind unter anderem die finanziellen Auswertungen, das sind irgendwelche Durchlaufzeiten, die man ganz exakt messen kann. In einem modernen Kennzahlensystem nimmt man aber üblicherweise auch weiche, sogenannte weiche Kennzahlen mit auf, weiche Faktoren, die vielleicht nicht ganz exakt messbar sind, die aber einen wesentlichen Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten. Sofern ich es irgendwie messbar machen kann, sofern ich es mit konkreten Kennzahlen hinterlegen kann. Wir schauen uns dann gleich ein Beispiel an. Konflikt- und Ressourcenmanagement zum Beispiel oder die Prozesskultur, also wie stark dieses Prozessdenken im Unternehmen verankert ist. Genau. Insgesamt muss ich mich jetzt, um in meinem Unternehmen so etwas wie ein Prozesscontrolling etablieren zu können, mir ein Kennzahlensystem zurechtlegen. Dieses Kennzahlensystem leitet sich aus unterschiedlichen Aspekten, ob oder Städien zusammen haben mit unterschiedlichen Aspekten, nämlich der Strategie, haben wir vorher schon gesagt, den Prozessen, den Prozesszielen und dann letztendlich aus dem abgeleitet die Kennzahlen. Wenn wir jetzt auf diese Grafik schauen, die visualisiert das ganz gut, wir haben also unsere strategischen Ziele, die liegen da irgendwo drüber, aus denen abgeleitet gibt es dann unsere Prozessziele. Der steht drüber und dieses Prozessziel wird realisiert hoffentlich durch den Prozess, den wir dann ausführen und an der Kennzahl, die wir uns dann überlegen oder an den Kennzahlen, die wir uns überlegen, erkennen wir, wie weit wir in der Zielerreichung schon sind, also wie stark der Erreichungsgrad bereits gegeben ist. Und damit ergibt es ein Spannungsfeld aus, das Ziel wird realisiert durch den Prozess, es beeinflusst dann in weiterer Folge natürlich die Kennzahl und die Kennzahl zeigt uns den Erreichungsgrad. Das heißt, das Ziel legt einerseits den Prozess fest, beeinflusst aber natürlich andererseits auch die Kennzahl an sich. Zusätzlich wirkt auch der Prozess auf die Kennzahlenfestlegung, weil ich natürlich nur Kennzahlen definieren kann, die ich dann auch im Prozess messen kann. Es hilft nichts, wenn ich mir eine total tolle Kennzahl überlege, die mir auch das Ziel gut beschreiben würde, die ich aber auch nicht messen kann. Das heißt, diese beiden Einflussfaktoren sind zu berücksichtigen, wenn ich mir eine Kennzahl festlege und aus dieser Kennzahl sehe ich dann, wie weit ich das Ziel erreichen konnte und das wirkt in weiterer Folge wieder auf den Prozess zurück. Im Sinne dieses Geschäftsprozessmanagement Zyklus habe ich hier das Monitoring und hier geht es dann wieder in die Analyse zurück. Genau. Jetzt stehen die einzelnen Kennzahlen aber ja nicht auf der grünen Wiese. Wir haben gesagt, das Ganze ist eingebettet in ein Kennzahlensystem, die an den einzelnen Prozessen im Unternehmen verankert sind und drüber liegen die strategischen Ziele. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier dieses Beispiel anschauen, wir könnten ein strategisches Ziel haben, nämlich eine höhere Ertragskraft mit unserem Unternehmen zu erzielen. Diese höhere Ertragskraft können wir messen, indem wir uns das Betriebsergebnis anschauen, das wäre also hier die Kennzahl und wir nehmen an, dass der organisationale Entwicklungsprozess, also wir machen die Organisationsentwicklung, wir haben Prozesse im Unternehmen, mit dem wir die Organisation weiterentwickeln wollen, dass der dazu beiträgt, dieses strategische Ziel zu erreichen. Jetzt wirkt der aber wahrscheinlich nicht unmittelbar wertschöpfend zu einem Organisationsentwicklungsprozess, sondern nur indirekt und mittelbar über andere Prozesse tief zur Wertschöpfung beitragen. Wir erinnern uns vielleicht an das Thema 1, 1, 2 oder so, was ist eine Organisation? Irgendwo in diesem Bereich, da haben wir gesprochen über Supportprozesse und Kernprozesse. Kernprozesse sind die, die unmittelbar wertschöpfend sind, die also das Betriebsergebnis steigern. Unterstützungsprozesse oder Supportprozesse sind die, die die Kernprozesse erst ermöglichen, die also unterstützen, unmittelbar aber keinen Beitrag, keinen direkten Beitrag zur Wertschöpfung leisten. Für diese höhere Ertragskraft identifizieren wir jetzt den Einflussfaktor, nämlich unseren Hauptprozess Marketing und Vertrieb. Das Prozessziel in diesem Bereich, um das strategische Ziel zu erreichen, wäre die Marktführerschaft in unserer Branche zu erlangen und messen können wir das, Kennzahl wiederum, am Marktanteil, je höher der Marktanteil und wenn er dann höher wird als die der Marktbegleiter, dann erreichen wir die Marktführerschaft. Zusätzlich gibt es noch Unterstützungsprozesse, die auf dieses strategische Ziel wirken, nämlich den eigentlichen Organisationsentwicklungsprozess und das Personalmanagement. Wie gesagt, nicht selbstwertschöpfend, aber dazu beitragend, das strategische Ziel zu erreichen. Beim Organisationsentwicklungsprozess haben wir das Prozessziel festgelegt, die Prozessqualität zu erhöhen. Das wäre jetzt so ein typisches Beispiel für einen Weichenfaktor. Wie ist das messbar? Das ist abhängig von der Branche, wir wissen nicht genau, woran wir das erkennen können, das muss man sich dann überlegen. Im konkreten Fall sind wir offensichtlich irgendwie in der produzierenden Industrie oder in der Dienstleistungsbranche und können unsere Prozessqualität daran messen, wie viele Reklamationsfälle wir haben. Das heißt, unsere Kennzahl hier wäre die Anzahl von Reklamationen und auch die Durchlaufzeit. Das wäre die zweite Kennzahl, die wir hier hinterlegen könnten. Wenn beide sinken, dann ist das ein Indikator für eine höhere Prozessqualität. Im Personalmanagement haben wir das Prozessziel Produktivität steigern und die Kennzahl, die dazu gehört, ist der Umsatz je Mitarbeiter. Jetzt kann man natürlich den Umsatz je Mitarbeiter steigern, indem man Mitarbeiter abbaut. So könnte ich die Kennzahl natürlich auch lesen. Konkret ist es aber das Ziel, die Produktivität zu steigern, das heißt, eben nicht den Mitarbeiterstand abzubauen, sondern unser Betriebsergebnis zu steigern mit dem gleichen Mitarbeiterstand, das heißt, den Umsatz je Mitarbeiter durch ein höheres Betriebsergebnis zu steigern. Deswegen steigern wir im Endeffekt die Produktivität, indem wir zum Beispiel unsere Mitarbeiter weiterqualifizieren. Und so baut man sich das Kennzahlensystem auf. Zuerst von oben heruntergebrochen von den strategischen Zielen und die Zusammenhänge zwischen den Prozesszielen und den strategischen Zielen festlegen, dann die Kennzahlen festlegen und damit wieder nach oben propagieren, wie man denn diese Kennzahlen zu interpretieren hat, in welche Richtung die zu lesen sind, ob höher oder niedriger besser ist im konkreten Falle. Wie man jetzt zu diesen Kennzahlen kommt, hängt davon ab, wie weit die informationstechnische Unterstützung im Unternehmen schon ausgerollt ist. Wir haben vorhin schon mal kurz gesagt, die Unterstützung durch ein Workflow-Management-System kann dabei helfen, manche dieser Kennzahlen sehr einfach zu erheben. Wenn ich überhaupt keine informationstechnische Unterstützung habe, dann brauche ich manuelles Prozess-Reporting, das wird wieder aufwendig und dann muss man sich irgendwann nochmal die Frage stellen, ob sich das auszahlt, ob der Aufwand, den ich treiben muss, um die Kennzahlen zu erheben, dem Mehrwert, den das Ganze bringt, irgendwie sinnvoll gegenübergestellt werden kann, also ob das betriebswirtschaftlich dargestellt werden kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man entweder überlegen, ob man nicht eine Möglichkeit findet, die Kennzahlen irgendwie automatisiert zu erheben oder ob man das Controlling nicht dann doch wieder auf andere Beine stellt mit Kennzahlen, die einfacher zu erheben sind. Wir gehen aber jetzt damit davon aus, dass wir so etwas wie ein Workflow-Management-System haben und schauen uns ganz kurz an, wie die IT-gestützte Kennzahlenerhebung grundsätzlich funktionieren kann. Im Workflow-Management haben wir ja vorher schon besprochen, dass wir konkrete Prozessinstanzen in diesen Workflow-Engines ausführen. Diese Prozessinstanzen werden ja direkt von unseren Prozessdefinitionen, von unseren Prozessmodellen abgeleitet, die werden instanziert, dann konkret herausgeführt und an diesen ausgeführten Instanzen kann man jetzt natürlich diverse Parameter direkt messen, sowas wie Durchlaufzeiten, sowas wie Anzahl der abgearbeiteten Instanzen an einer bestimmten Stelle im Unternehmen, sowas wie einzelne Aktivitäten, also die Dauer einzelner Aktivitäten, die Datenqualität, die ich dadurch generiere, die Anzahl von Rückfragen, die generiert wird, die Anzahl von Eskalationen, die vielleicht im Prozessmodell ausgelöst werden, das alles kann ich automatisiert messen, wenn ich entsprechende Prozessmodelle und entsprechende IT-Unterstützung habe. Das heißt, um das Controlling zu etablieren, wird man einen Ansatz versuchen zu fahren, der folgende Stufen umfasst, das ist einmal die Kennzahlenerhebung direkt aus den Workflow Engines, hier zum Beispiel, dann aus anderen operativen Systemen, die vielleicht Daten hergeben, sowas wie Lagerverwaltungen, wo den Lagerstand halten kann, auch das können Prozesskennzahlen sein, die Veränderung des Lagerstands über die Zeit oder eben für die Prozessteile, die nicht automatisierungsgestützt sind, irgendwelche manuellen Erfassungsmethoden. Die gehen in unseren Datenbestand und aus dem können wir dann die Auswertung fahren. Aggregation heißt in dem Sinne Sammlung, vielleicht auch Zusammenführung einzelner Parameter, die man vielleicht konsolidieren möchte, die man zusammenführen möchte, um dann in einer Maßzahl festzulegen, was eine bestimmte Kennzahl bedeutet. Wenn ich dann meine Kennzahlen im Datenbestand habe, kann ich die Auswertungen fahren und sie letztendlich dann wieder den Prozessen zuordnen bzw. eine Gesamte Übersicht über die Prozesse des Unternehmens schaffen. Immer abstrakter abstrakter werden, nicht mehr die einzelnen Kennzahlen ansehen, sondern die gesamte Prozess Performance des Unternehmens betrachten. Wenn wir das jetzt etwas konkreter anschauen, dann haben wir irgendwo ganz unten unsere Ausführungsumgebungen. Die Runtime Environments, das wären jetzt die Workflow Engines, in denen konkrete Prozessinstanzen laufen. Da gibt es unterschiedliche Datenquellen, die wir anzapfen können, irgendwelche Datenbanken, so wie wir das vorher gerade gehabt haben. Datenquellen, operative Systeme, Workflow Instrumente und die Daten, die wir dort finden, können direkt den operativen Prozessinstanzen zugewiesen werden. Das heißt, wir wissen, wo die Daten dazukhören und können dadurch im Prozess verankert, vorher haben wir im Prozess die Kennzahlen definiert, jetzt können wir diese Kennzahlen direkt in den Workflow Instanzen messen, können also aus diesen Daten auf operationeller Ebene die Kennzahlen berechnen. Dann haben wir mal für jede einzelne Prozessinstanz konkrete Kennzahlen festgelegt. Wir wissen jetzt, die erste Prozessinstanz hat so lange dauert, die zweite hat so lange dauert, die dritte hat so lange dauert. Dann kommt es zu einer Aggregation auf der sogenannten taktischen Ebene, wenn also jemand jetzt anschauen möchte, wie gut funktioniert denn ein bestimmter Prozess, gerade bei uns im Unternehmen, nicht eine einzelne Prozessinstanz, sondern generell der Support-Prozess zum Beispiel, wenn Kunden anrufen, wie stehen wir da da, man wird also jetzt die Kennzahlen, die für die einzelnen Prozessinstanzen erhoben worden sind, aggregieren, das ist hier eine 1 zu 1 Aggregation, das heißt, die Daten aller n Prozessinstanzen, die ausgeführt wurden, werden jetzt auf eine Datenbasis zusammengeführt und in dem Prozessmodell für diesen Prozestyp hinterlegt. Das heißt, ich sehe jetzt zum Beispiel so etwas wie eine durchschnittliche Durchlaufzeit, eine durchschnittliche Wartezeit an bestimmten Stellen im Prozess, sowas kann ich mir da jetzt anschauen und würde zum Beispiel so etwas wie Bottlenecks erkennen. Wenn wir jetzt an dieser Stelle sehen, okay, bei der einen Aktivität kommt es in 90% der Fälle zu einer Verzögerung von 15 Minuten, dann haben wir hier wahrscheinlich ein Problem. Das würden wir auf dieser Aggregationsebene sehen. Genau dasselbe kann ich für alle meine anderen Prozesse machen und kann also hier auf taktischer Ebene steuernd eingreifen. Das haben wir vorher gemeint mit Steuerungsdimensionen des operativen Controllings. Also ich würde hier Probleme erkennen und kann dann so etwas wie eine Ressourcenumschichtung zum Beispiel vornehmen, detaillierte Prozessveränderung oder eine Prozessveränderung an bestimmten Details vornehmen, dass es zu diesen Bottlenecks oder zu diesen Schwierigkeiten nicht mehr kommt. Über alle Prozesse hinweg nochmals aggregiert kommen wir dann auf die strategische Ebene, jetzt kommen wir zu den strategischen Prozesszielen oder zu den strategischen Zielen des Unternehmens, die ja ebenfalls mit Kennzahlen hinterlegt sind und die wir aus unseren Prozesskennzahlen wieder zusammenführen können. Das heißt, wir würden uns jetzt zum Beispiel hier anschauen, in wie vielen Fällen kommt es in unserer Prozesslandschaft zu Ausnahmebehandlungen. Unabhängig von welcher Prozess das ist, wo laufen die Prozesse nicht so, wie sie laufen sollten. Je höher diese Maßzahl ist, desto gering ist vielleicht unsere Prozessqualität oder desto weniger adäquat sind unsere Prozessmodelle und wir müssen vielleicht was tun. Wie so ein Kennzahlensystem auf dieser obersten Ebene aussehen kann, schauen wir uns jetzt im nächsten Schritt gleich an. Üblicherweise haben wir hier einerseits eine globale Sichtweise, andererseits nur mal aggregiert auf einzelne für die Gesamtprozesse Prozess 1 bis Prozess N hier auf einzelne Kennzahlen heruntergebrochen, wie dieser Prozess performt. Wo wir also hier auf taktische Ebene noch in den Prozess reinschauen, schauen wir hier nur noch auf die Prozesse als Ganzes oder sogar nur Ebene drüber auf die Performance des Unternehmens als Ganzes. Das ist jetzt hier nochmal beschrieben und dann geht es jetzt auf diese oberste Ebene auf diese strategischen Führungselemente auf die sogenannte Balanced Scorecard. Auf strategischer Ebene gibt es unterschiedliche Controlling Instrumente, für das gibt es einen eigenen Schwerpunkt im Studium, da bin ich ja als kein Experte. Was wir hier herausgreifen ist die sogenannte Balanced Scorecard, kommt aus den 90er Jahren, aus dem Performance Management, wo versucht worden ist Unternehmensbewertung oder Kennzahlensysteme nicht mehr rein an den klassischen harten Dimensionen sowas wie der finanziellen Dimension eben festzumachen, sondern eine mehrdimensionale Betrachtung einer Organisation zu ermöglichen. Die Balanced Scorecard, das B ist der Programm, geht davon aus, dass man diese unterschiedlichen Dimensionen ausbalancieren möchte, dass man also nicht rein die finanziellen Kennzahlen des Unternehmens optimiert, sondern dass man auch sowas wie die Kundenzufriedenheit, sowas wie die Entwicklungsmöglichkeiten für die Mitarbeiter oder die Prozessqualität im Unternehmen mitbetrachtet. Dadurch, dass das eine sehr abstrakte Steuerungsmaßnahme ist, auf der obersten Ebene der Unternehmensführung, wird man da sehr stark aggregieren, das heißt, man versucht in jeder Dimension, oder nicht in jeder Dimension insgesamt, nicht recht für mehr wie 10 bis 15 Ziele, und dementsprechend auch wenig Kennzahlen zu verwenden. Das heißt, es wird sehr stark aggregiert, man konzentriert sich auf einzelne Ziele, die man erreichen möchte und misst die dann über alle Unternehmensebenen hinweg. So eine Balanced Scorecard ist grundsätzlich einmal flexibel gestaltbar, also welche Dimensionen man da hinterlegt, das liegt am Gestalter, es gibt aber vier Standarddimensionen, die üblicherweise verankert werden. Das ist die Finanzdimension, das wäre jetzt die klassische Controlling-Perspektive, das wäre die Kundenperspektive, das wäre die Prozessperspektive nach innen, und das wären die Lern- und Entwicklungsperspektive, da geht es ums Personal, um die Menschen, die in meiner Organisation tätig sind. Das heißt, man versucht jetzt auf jeder oder in jeder dieser Dimensionen Ziele festzulegen, die man strategisch erreichen möchte, die mit Kennzahlen zu hinterlegen, für diese Kennzahlen Vorgaben zu definieren, also was sind die Zielwerte, die man erreichen möchten, und dann Maßnahmen abzuleiten, die wir brauchen, um diese Ziele erreichen zu können. Das macht man in jeder dieser vier Dimensionen und hat dann im Wesentlichen eine Matrix, anhand der man das Unternehmen mehr oder weniger ganzheitlich, zumindest nicht nur rein finanzgetrieben betrachten kann. Damit geht es eben nicht nur um die kurzfristige, das ist vielleicht wichtig hier noch, nicht nur um die kurzfristige Finanzoptimierung zum Beispiel, sondern um eine langfristige Perspektive, die vor allem da mit den anderen drei Dimensionen der Lern- und Entwicklungsperspektive, der Prozessperspektive und der Kundenperspektive abgedeckt werden. Die Balanced Scorecard ist in ihrer Ausgestaltung dann auch nicht zu unterschätzen, weil sie so plakativ ist, weil sie so kondensiert ist, hinsichtlich ihrer Kommunikationsfunktion, das ist auch geeignet dafür zu zeigen, wo die Geschäftsführung mit dem Unternehmen hin möchte, was die Ziele sind und wie die untereinander ausgestaltet beziehungsweise ausbalanciert sind. Dadurch, dass sie relativ wenig Ziele nur zulässt, hat sie eine Fokussierungsfunktion, also versucht nicht die Strategie ins Uferlose wachsen zu lassen, sondern auf die wesentlichen Kernziele unmittelbar auf eine Perspektive von ein bis zwei Jahren abzubilden und dadurch, dass tatsächlich Kennzahlen hinterlegt sind, hat sie eine Operationalisierungsfunktion, das heißt, ich darf nicht einfach Ziele formulieren, die ich dann nicht irgendwo messbar herunterbrechen kann. genau, das sind die wesentlichen Aspekte der Balanced Scorecard. Jetzt haben wir schon gesehen, die Balanced Scorecard hat diese Prozessperspektive und die bietet natürlich an, die prozessgetriebenen Kennzahlensysteme, die wir in einer prozessorientierten Organisation festlegen können, direkt in der Balanced Scorecard zu verankern. Heißt jetzt nicht, dass Prozesskennzahlen ausschließlich in der Prozessperspektive vorkommen, man kann Prozesskennzahlen natürlich auch in der finanziellen Perspektive oder in der Lernentwicklungsperspektive verankern, sowas wie die Reklamationsfälle, wer durchaus eine Kennzahl, die man zum Beispiel in der Lern- und Entwicklungsperspektive verankern könnte oder auch in der Kundenperspektive, je nach Zielsetzung. Ich möchte möglichst wenig Supportfälle haben, weil dann es eine Maßzahl dafür, dass die Kundenzufriedenheit steigt oder ich möchte, dass ein Supportfall in maximal 24 Stunden erfolgreich abgeschlossen ist, das wäre wieder was, was einerseits in der Prozessperspektive passen würde, andererseits auch in der Lernperspektive, weil ich da meine Mitarbeiter entsprechend qualifizieren muss. Also je nachdem, was mein Ziel ist, können da die Kennzahlen unterschiedlich zugeordnet werden. Es kann auch sein, dass eine Kennzahl für unterschiedliche Ziele zum Einsatz kommt, durchaus auch niederstreitende Ziele in dieser Balanced Scorecard eingetragen sein können. Theoretisch heißt, dass wenn eine bestimmte Kennzahl steigt oder sinkt, das für eines ein Ziel positiv sein kann, für das andere Ziel negativ sein kann. Da muss man eben abwägen, welche Maßnahmen setzt man. Die Balanced Scorecard macht aber diesen Widerstreit zumindest sichtbar. Das ist schon mal wichtig auch für die Bewusstsein machen der potenziell widerstreitenden Ziele in der Unternehmensstrategie, dass das erkennbar wird und das leistet diese Operationalisierung, die man hier durch die Kennzahlen hat. Was man dann machen kann, ist über die unterschiedlichen Unternehmensebenen, also von strategisch über taktisch operativ, so etwas wie ein Drilldown zu machen, das heißt, ich habe sowohl den Prozessüberblick auf strategischer Ebene, hier ganz heroben, über die einzelnen Kennzahlen auf Prozessebene, auf taktischer Ebene, bis runter zu den konkreten Prozessinstanz Kennzahlen, die wir auf operationaler Ebene haben. Und ich kann mich dann, wenn die Zuordnung im System, in so einem Unterstützungskontrollingsystem entsprechend hinterlegt ist, da durchhandeln, kann schauen, okay, hier gibt es offensichtlich ein Problem, da ist ein Indikator vielleicht rot geworden, weil er außerhalb der festgelegten Rahmen sich bewegt und dann gehe ich da weiter ins Detail und schaue mir an, woran liegt denn das vielleicht, bis runter vielleicht auf operativer Ebene und schauen mal an, liegt es jetzt nur daran, weil er Mitarbeiter krank geworden ist, also muss er vielleicht gar nicht groß intervenieren, sondern reicht es da abzuwarten, bis der wieder gesund geworden ist und wir haben wieder die üblichen Leistungsparameter, die üblichen Ressourcen zur Verfügung bis hin zu, okay, da haben wir wahrscheinlich ein systematisches Problem, da müsste man vielleicht irgendwo einmal intervenieren. Genau das, was ich jetzt beschrieben habe, ist da noch in diesem Beispiel, das da ganz zum Schluss noch drinnen ist, hinterlegt. Wir haben also sowas wie ein Kennzahlensystem, das ist da in diesem grünen Bereich und da ist eine Kennzahl hinterlegt, das ist die sogenannte Durchlaufzeit für beleggebundene Überweisungen, also wir sind irgendwie in einem Unternehmen, wir haben einen Prozess, wo wir Überweisungen durchführen, auf Basis von Belegen, die irgendwo reingehen und die Durchlaufzeiten, die wir da haben, ist eine Kennzahl dafür, wie gut wir unser Ziel erreichen können. Jetzt dauert diese beleggebundene Überweisung 28 Minuten und das ist außerhalb des Rahmens, den wir uns als Ziel gesetzt haben, das heißt, hier wird der Indikator, das sehen wir da, rot. Also so schaut so ein System ganz konkret auch dann aus. Auf der obersten Ebene, in der Balanced Scorecard, üblicherweise als sehr abstrakte Darstellung, manchmal einfach nur als Ampelsystem, idealerweise ist alles grün, wenn es in die Grenzbereiche der Kennzahl, die wir irgendwo festgelegt haben, geht, dann wird es vielleicht gelb und wenn es außerhalb läuft oder wenn es eine bestimmte Zeit außerhalb war, dann wird es rot. Dann kann man Sie da weiter ins Detail klicken und Sie anschauen, wo kommt denn dieser rote Indikator her. Wir sehen, zu bestimmten Zeitpunkten im Unternehmen oder bei bestimmter Arbeitslast, dann überschreiten wir halt diesen Peak, den wir da haben und im Durchschnitt kommen wir über die Zeit, die wir erreichen wollen. Das heißt, hier haben wir potenziell ein Ergebnis. Da sieht man ganz gut dieses Grün, Gelb und Rot, die Grenzen, die festgelegt werden für diesen Ampel Indikator. Wenn wir im grünen Bereich bleiben, dann bleibt der Indikator grün. Wenn wir da raufkommen zu Gelb, dann wird er eben Gelb und wenn wir es überschreiten, dann wird er irgendwann noch mehr Rot. Durch diese Detailansicht erkennen wir jetzt, also woran es denn grundsätzlich liegen kann und jetzt können wir direkt in den Prozess reinschauen und uns anschauen, wo kommt es denn zu dieser Prozessabweichung, woher kommt denn diese hohe Durchlaufzeit. Das heißt, das wäre jetzt dieser Drilldown, wo wir auf taktische Ebene gehen, wo wir uns den Prozess im Detail anschauen, die Durchlaufzeiten der einzelnen Aktivitäten und festmachen, okay, in dieser einen Aktivität kommt es zu Schwierigkeiten. Damit erkennen wir jetzt quasi, wo das Problem im Prozess liegt. Jetzt gehen wir wieder auf die einzelnen Prozesskennzahlen und erkennen an dieser detaillierten Prozesskennzahl da kommt es offensichtlich öfter zu Überschreitungen, die dann durch schnellere Abarbeitung anderer Aktivitäten vielleicht auch nicht mehr kompensiert werden können und deswegen müssen wir an dieser Stelle irgendwo intervenieren. So, und im letzten Schritt haben wir jetzt das sogenannte oder schauen wir jetzt wieder in das gesamte Prozesscockpit, also dieses Controlling-Instrument würden wir jetzt den Prozesscockpit nennen, wo ich also meine Prozesskennzahlen konsolidiert habe und kann man damit wieder zurückspielen, wo denn die Kennzahl, die ich da als das Problem verursachend identifiziert habe, in meiner Prozesslandschaft zu verorten ist. Wir kommen dann drauf in der Risikobewertung, das heißt meine Belege gehen nicht schnell genug raus, weil die Risikobewertung zu lange dauert und jetzt könnte ich also wieder schauen, wo ich in der Risikobewertung drehen kann, dass das schneller läuft, sodass meine Kennzahl wieder in den grünen Bereich kommt. Insgesamt sieht man, damit das funktionieren kann, das ist natürlich jetzt eine Idealvorstellung, damit das funktionieren kann, brauche ich erstens eine vollständige IT-Unterstützung, die beruht darauf, dass ich meine Prozesse vollständig kann, dass meine Prozesse tatsächlich den Arbeitsprozessen im Unternehmen entsprechen, sodass nicht irgendwelchen Workarounds kommen, mit denen meine Kennzahlen wieder verfälschen, und eine Zuordnung sämtlicher Kennzahlen über alle Ebenen auf die einzelne Prozessebene. Das ist jetzt natürlich fürchterlich schwierig und die Frage ist, ob sich der Aufwand auch wirklich immer dafür steht. Das ist nicht immer der Fall, da muss man dann abwägen, wie weit man dieses Kennzahlenspiel treiben möchte. Generell geht aber der Trend unter dem Stichwort Enterprise Architecting sehr stark dahin, sich eine Modellsicht auf das Unternehmen so weit wie möglich vorzuhalten, so dass man nicht nur im operativen Betrieb anhand von Kennzahlen ein Controlling durchführen kann, sondern dass man auch ein umfassendes Analyse Werkzeug hat, um zum Beispiel organisationale Transformationsprozesse begleiten zu können. Wenn ich dann irgendwo ein Problem festgemacht habe und Änderungen durchführe, dann kann so eine vollständige Prozessmodelllandschaft oder Organisationsmodelllandschaft im Unternehmen dabei helfen, die Auswirkungen von etwaigen Änderungen im Vorfeld abzuschätzen. Das heißt, es gibt durchaus gerade für große Unternehmen ganz so geringe Motivation, sich in dieses Feld hinein zu begeben, den Aufwand zu treiben, Prozessmodelle oder generell Organisationsmodelle eben vorzuhalten im Unternehmen, um einerseits ein Steuerungsinstrument, ein strategisches Controlling-Instrument und andererseits ein Change-Management-Werkzeug zu bekommen. Wie das dann wiederum funktioniert und wie das eingesetzt werden kann, ist nicht mehr Gegenstand von PKM. Da kommen wir jetzt in den Bereich der weiterführenden Lehrveranstaltungen unseres Instituts, zum Beispiel werden wir uns in Communications Engineering, in den höheren Bachelor-Semestern, dieses Enterprise Architecting nochmal genauer ansehen, wie man da vorgeht, um Change-Prozesse begleiten zu können und IT-Landschaften mit der Prozesslandschaft des Unternehmens in Abstimmung zu halten beziehungsweise wenn es dann weitergeht in den Master in unserem Schwerpunkt Business Engineering und Management geht es dann noch viel konkreter darum, wie solche Kennzahlensysteme ausschauen können und wie man steuernd in prozessorientierte Organisationen eingreifen kann. So viel auf jeden Fall mal jetzt einführend zum Thema Beknüpfung mit Leistungsindikatoren, so viel auch insgesamt schon zur Vorlesung PKM das war jetzt der gesamte Stoff den wir mit diesem Thema abgedeckt haben. Wie gesagt weiterführende Inhalte gibt es dann in den Folgesemestern. Einmal Tränen gibt es dann in den Folgesemestern. Inhalte ist dann mehr die haben die vor auf die die ä die